Europa und Weltmeister. Wir haben hier das erfolgreichste Katerpaar außerhalb Japans, heute in Duisburg auf der Matte. Wir sehen Ulla Rosen, sechster Dahn, die erste Frau übrigens in Nordrhein-Westfalen, die diesen sechsten Dahn verliehen bekommen hat, und Wolfgang Dachs, Romswinkel, siebter Dahn, die beiden sind seit 2012 antierende Europameister, insgesamt schon neunfache Europameister und zweifache Weltmeister von 2014 und 2016. Und die führen uns jetzt eine Kater vor, die Juno Kater, die ist vor ungefähr 150 Jahren entstanden, aber auch heute noch immer sehr aktuell. Das Besondere ist, dass die Wurftechniken in der Endposition gehalten und nicht geworfen werden. Also jetzt ein absoluter Katerleckermissen des besten Katerpaars außerhalb von Japan. Viel Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.